die wenige dinge der sunnah und viele andere unterlassen weil sie die sunnah nicht kennen und daher wollen wir ihnen entgegenwirken und wir werden heute in scharren nachdem wir das letzte mal abgeschlossen haben heute fortfahren mit das heißt das islamische oder die islamischen benimmregeln bezüglich des trinkens bezüglich des trinkens auch ein sehr wichtiges thema mit dem wir täglich konfrontiert sind es gibt halife die sind in verschiedenen kapiteln gültig liebe schwester das heißt die finden in verschiedenen kapitel anwendung aber ich werde sie nicht wiederholen weil ich sie schon erwähnt habe zum beispiel könnt ihr euch vorstellen natürlich dass wenn man bevor man trinkt was sagt bismillah das haben wir auch schon das letzte mal behandelt wo wir über das essen gesprochen haben da brauche ich die halte nicht wieder zu erwähnen und dass der shaykhorn mit ist und mit trinkt wenn du nicht was sagt wenn du nicht bismillah sagt daher diese halte unterlasse natürlich sagt man bismillah bevor man anfängt zu trinken und man achtet darauf dass man das nicht vergisst wenn man bismillah vergisst zu sagen was sagt man danach das sagt man wenn man bismillah vergessen hat zu sagen das sollst du auch nach machen das wurde uns deswegen gesagt hier wird verdeutlicht wie wichtig das ist bismillah zu sagen ein muslim wann auch immer etwas gutes macht beginnt er mit bismillah es gibt eine überlieferung bei albay haki das vor jeder handlung wenn man bismillah sagt diese handlung gesegnet ist diese überlieferung ist nicht authentisch aber aus dem koran und aus der sunnah haben wir viele dieser bestätigung als nur zum beispiel zu den leuten gesagt hat unter den gläubigen er sagte er gaben fieher bismillahi majlera war das waren die worte von luca steigt hinein im namen allahs azzawajal subhanahu wa ta'ala dann kommen wir zum weiteren hadith rawa muslimun fieh sahihihi an abu sa'idi al khudri radiyallahu anhu wa ta'ala anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam nahe an shurri qaima und zwar berichtet imam muslim rahmatullahi alayhi in einer überlieferung von abu sa'id al khudri dass der gesandte sallallahu alaihi wasallam verbot im stehen zu trinken dass der prophet sallallahu alaihi wasallam hier steht gesandter dass der gesandte sallallahu alaihi wasallam verbot im stehen zu trinken das ist die überlieferung bei imam muslim eine andere überlieferung auch in as sahihihi das heißt bei bukhali und bei muslim nicht nur bei muslim wie der vorige hadith sondern bei bukhari und muslim an ibn abbas radiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shariba min samsama min dalwin minha wa hua qaadu und zwar berichten bukhari und muslim von ibn abbas radiyallahu an dass der gesandte sallallahu alaihi wasallam aus einem eimer oder aus einem krug oder schüssel sozusagen samsam wasser getrunken hat während er stehend war äußerlich sieht das jetzt danach aus dass es ein widerspruch gibt und ihr solltet eine sache verstehen die schwester in unserer religion gibt es keine widersprüche du wirst niemals sehen dass die authentische sunnah den koran widerspricht allah islam sagt im koran afanayata baruna koran in surat an lisa denken sie nicht über den koran nach denken sie nicht über den koran nach wala wakana min indi weil da la wajatu fiehie ichtilafen kathira warum denken sie nicht über den koran nach wäre er von jemand anderem außer von allah so würden sie wahrlich viele widersprüche darin finden musa in der bibel gibt es widersprüche genügend warum weil sie ist nicht von allah ursprünglich war sie von allah was wurde dann gemacht verstehe in den koran gibt es widersprüche warum ursprünglich war sie von allah aber dann haben menschen sie und wann auch immer menschen ans werk kommen was gibt es dann fehler und hier seht ihr den koran und die sunnah subhanallah ohne fehler sind sie die geschwister aber wie können wir jetzt beide sachen miteinander feiern leider gibt es in themen unter den geschwistern streit wo die angelegenheit sehr weit ist und das zeigt dass manche leute sich nicht mit der religion auseinandersetzen es gibt kawaii die geschwister wir haben regeln in der region manchmal verbietet der profet salam eine sache an einer anderen stelle hat er das selber gemacht frage ist dann dieses verbot so ein rigoroses verbot wie wir es uns vorstellen nein das heißt die gelehrten sagen wenn eine verbot vom profet salam in irgendeinem hadith genannt wird aber in einer anderen stelle macht er die sache selber oder er sieht wie sie gemacht wird und er sagt gar nichts dazu alexander dann ist das ein abgemildertes urteil das heißt nicht mehr verboten verboten sondern es könnte die stufe von was haben makro das heißt unbedingt wie das auch wieso hat der profet salam das untersagt und in einer anderen stelle hat er selber getrunken hat einmal getrunken während die leute ihn kritisch dabei angeschaut haben überliefen uns bei ihm am ahmed so sagte er zu ihnen was ist mit euch los ich mache nur das was mir vom propheten vorgemacht wurde was ist hier gemeint was er wollte ihnen zeigen ihr seid nicht so streng in der sache ich will euch sagen mit dieser sache er das absichtlich gemacht damit sie wissen das urteil ist nicht so streng wie sie denken wie sie denken das heißt jetzt was sollen wir machen aber du musst uns schon klar sagen sollt ihr im sitzen trinken oder im stehen nein das beste ist im sitzen zu trinken und das im stehen zu trinken ist dann unbeliebt wenn du keinen grund dafür hast noch mal das beste ist im sitzen zu trinken auch die mediziner haben das bestätigt wir brauchen aber nicht die bestätigung von ihnen sie reicht uns von was soll aber wenn du nicht sitzen kannst zum beispiel der profet salam als er hier samsam wasser getrunken hat das war bei hajr wada das trinkt ihr wie viele leute da waren hier könnte es manchmal schwerer sein sich hinzusetzen als in anderen situationen wie dem auch sein wenn du einen grund hast kannst du trinken kein problem zum beispiel du bist in der uber und du stehst da zwischen den schönen gerüchen der leute zwischen den schönen gerüchen der leute kennt ihr das im sommer irgendeiner hebt seinen arm hoch da kommen drei kilo haare runter und gerüche von einem jahr zusammengesammelt wie ist das hier in diesem falle du stehst und möchtest was trinken kannst dich aber nicht hinsetzen kein problem wenn du mir trinkst ist das auch nicht makro es ist nicht einmal makro wenn du dafür was hast ein grund und daher die geschwister keiner darf den anderen kritisieren wenn einer im stehen trinken kein problem der gesandte wenn einer aber im sitzen trinken will so ist das besser auch wegen der gesundheit der prophet sah einmal eine person und er hat im stehen getrunken dann sagte er zu ihm die belieferung ist bei ihm muslim mit dir hat der schaitan getrunken wir haben doch gerade gesagt der prophet zusammen deswegen sagen wir wenn man kann sitzt man und manchmal sind die wörter vom prophet sallallahu alaihi wasallam nicht so zu verstehen wie ein laie oder ein unwissender sie verstehen deswegen tun wir alle beweise zusammen und dann geht ein urteil in dieser sache heraus deswegen wenn du sitzen kannst ist das besser aber wenn du im stehen trinkst weil du es gerade brauchst so ist das kein problem ordinar die nächste überlieferung after die zehn Jahre bei der Tabelle über 30 oder so bin ich heute abo daud über 30 Punkt wie unsere authentischen über学. Untertitel. Anhaf Fah Und zwar berichtet die Frau von Gesandten, die Frau von Propheten und die Tochter von Omar ibn al-Khattab. Sie berichtet, dass der Prophet mit seiner Rechte gegessen hat, getrunken hat und seine Kleidung angezogen hat. Und die Linke benutzte er für alle anderen Dinge. Ich wiederhole, Hafsa berichtet vom Propheten, dass der Prophet mit seiner Rechte getrunken hat, und getrunken hat und seine Kleidung angezogen hat. Und mit der Linke machte er alle anderen Dinge. Was machen wir mit rechts? Trinken, anziehen. Okay. Es gibt noch eine Überlieferung bei ibn al-Majah. Da haben wir noch zwei weitere Sachen, was man mit rechts macht, außer essen und trinken. Geben und nehmen. Geben und nehmen. Aber dabei bleibt es. Diese Sachen macht man mit rechts. Weil ich finde es verwunderlich heutzutage, du redest mit Leuten, der tut so, als ob ein Gelehrter wäre. Danach sitzt du mit ihnen am Tisch, der isst die ganze Zeit mit links. Lerne erstmal mit was man isst, bevor du über große Themen redest. Und so richtig appetitlich und genüsslich, ja. Und das verboten, liebe Geschwister, dass man mit der linken Hand isst. In den beiden Sahihbüchern, von Abu Qatada, radiallahu anhu wa allah, قال Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Iza shariba ahalbukum, fa la yatanafas fil ina. Abu Qatada berichtet vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, dass dieser sagte, wenn jemand von euch trinkt, dann soll er nicht ins Getränk atmen. Dann soll er nicht ins Getränk atmen. Was ist gemeint ins Getränk atmen? Wer sagt mir das? Bitte? Einatmen, nicht pusten, nein. Neffr ist etwas, das Pusten, das Pusten ist schlimmer. Und das Atmen ist etwas. Nochmal bitte, Musa. Ausatmen jetzt, ne? Während man trinkt, was? Atmen. Dass man einatmet. Oder beziehungsweise, dass man atmet in das Getränk herein. Das ist Verbot. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das unterlassen. Verbot bedeutet hier, nekirara. Das heißt, was? Unbeliebt. Das heißt, unbeliebt. Wo? Wer sagt mir wo? Warum? Warum ist diese Sache zum Unterlassen? Bitteschön. Weil... Das ist eine unbeliebte Sache, ne? Weil eventuell mehrere aus dem Gefäß trinken und derjenige vielleicht schlechten Atem hat oder auch eventuell krank ist. Nein. Also, hier hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das untersagt, sowohl wenn du alleine daraus trinkst oder auch andere daraus trinken. Weil es ist allgemein. Es ist allgemein. Aber... Wenn die Luft dabei holt, dann geht das in den Magen rein und dann hat man Gas an. Sehr gut. Subhanallah. Schaut mal diese gesundheitlichen Aspekte, die unsere Religion damals schon beachtet hat. Es gibt wunderschöne Sachen. Ich habe mir das mal so zum Spaß angehört, so was die Professoren sagen über... Und sie nehmen Bezug auf die Hadithe. Es gibt ja auch, wie ihr wisst, Gelehrte, die sind Ärzte. Und wie sie dir dann die Hadithe erklären, aus welchem gesundheitlichen Aspekt dann sagst du, subhanallah. Bevor diese Wissenschaftler das wussten, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dieses uns gesagt. Und deswegen bitte versteht eine Sache. Niemals wirst du einen Befehl hören vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, außer dass dieser gut für uns ist. Und für uns zum Vorteil ist. Jetzt musst du wissen, ob du die Weisheit dahinter kennst oder nicht kennst. Weil es gibt Leute, was die Weisheit, was die Weisheit. Erstmal wissen, es gibt eine Weisheit. Und dann suche danach. Aber nicht, was die Weisheit weiß. Erstmal wissen, weil wenn du das nicht weißt, dann kannst du keine Geduld geben. Und viele haben dann auch keine Geduld, ja. Was die Weisheit, was die... Wisst du, dass die Weisheit da ist? Du findest Ruhe. Und jetzt, Alhamdulillah, irgendwann, wenn du es erfährst, ist es schön. Ansonsten brauchst du es nicht, weil du weißt, darin steckt eine Weisheit. Und in der Beinung ist die 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 Weisheit. Wenn er getrunken hat, in zwei oder drei Schlücken getrunken hat. Wenn er in zwei oder drei Schlücken getrunken hat. Und er sagte, dass der Prophet, salallahu alaihi wasallam, dieses auf die gleiche Weise tat. Das heißt, wenn ihr das Bild nicht habt wollt, wenn wir ein Glas haben, man trinkt 1, Pause, 2. Nicht sofort, nicht so. 1, Pause, 2. Oder 1, 2 und 3. Beides ist überliefert vom Gesandten. Auch das hat gesundheitliche Vorteile. Auch das hat gesundheitliche Vorteile, liebe Geschwister. Das heißt, in zwei oder in drei Schlücken. Darf man in einem Schluck alles austrinken? Doch, schon. Man darf aber, das Beste ist, sagen die Ärzte, wenn du in Phasen trinkst, das heißt zwischendurch Pause lässt, ist das mehr durstlöchend als andere Sachen. Ist das mehr durstlöchend als andere Sachen. Und wir haben den Beweis dafür. Und die Beweisung ist bei einem Muslim, in Zahein und Sahih, von Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, war da. Und dann kam Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, yatenfesu fischarabi thalathen, und sagte, inna hu arwa, wa abra, wa amra. Und Anas, fah anna etenfesu fischarabi, oder fischarabi thalathen. Anas berichtet, und die überliefer uns bei ihm ein Muslim, dass der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, in drei Schlücken getrunken hat. Und er sagte dabei, der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, die Begriffe sind etwas schwer zu übersetzen, es trägt dazu bei, den Durst zu löschen, und es ist gesünder, und der Körper ernährt sich davon. Ich wiederhole, er sagte, sallallahu alayhi wa sallam, über dieses dreimalige hintereinander trinken, es trägt dazu bei, den Durst zu löschen, und es ist gesünder, und der Körper ernährt sich davon. Das ist direkt. Subhanallah, deswegen trinken wir dreimal. Ich bitte euch, liebe Geschwister, lernt die Sunnah und praktiziert zu sein. Wir machen diese Unterrichte nicht zum Spaß, sondern dass wir all das, was wir hören, auch umsetzen. Natürlich, man kann in einem Schluck trinken, aber du wirst nicht so, dein Durst wird nicht in dem Maße gelöscht, wie wenn du das auf die Weise vom Propheten sallallahu alayhi wa sallam hast. Das ist übermittlungsvoll. Daier ist die Hчив. Daier bietig umr leveret, Rüber durch den Erbüde Covid, und sagte, dass Herr Hassan, bei dem Erbüde, von Erbüde, Anni, Rassöl Allah sallallahu alayhi wa sallam, dass er, Anni, Anta, und der Erbüde, Anni, Arnabij, sallallahu alayhi wa sallam Salaam naja, an yetanfes, fil ina, waienfache film. Anni, yutanfes fil ina, waienfache film. Anni, willig anis, abn. Anni, Anni, anis, Raud welchan'ahu alabhan, Ibn Abbas berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten hat, ins Gefäß zu atmen und herein zu pusten. Ins Gefäß zu atmen und herein zu pusten. Über das Atmen haben wir gesprochen, auch das Pusten, wenn ihr ein Gefäß habt, trinken oder essen, dieses reinpusten sollt ihr unterlassen. Auch wenn es heiß ist, dann lieber warten und später zu sich eingehen. Oder man kann manchmal, das kennt ihr auch bei den Araben, ist das noch bekannt, wenn eine Sache sehr heiß ist, zum Beispiel der Tee und die wollen ihn trinken, was machen sie? Sie wandern von einem Glas zum anderen, das heißt schüttens da rein, da rein und dann geht auch so die Hitze weg. Aber man soll nicht pusten. Und das Pusten hat natürlich auch eine Bedeutung, dass man nicht etwas an Schmutz, Bakterien hereinpustet und dieses somit schädlich für einen wird. Weil wir haben in diesem Bereich Bakterien. Es gibt Bakterien, die sind dienlich für dich, die helfen dir und es gibt Bakterien, die sind schädlich für dich. Schau mal subhanallah, was Allah also sagt, alles er schau mal. Aber dass diese Bakterien, die schädlich sind, nicht ins Getränk reinkommen und dir ein Schaden sozusagen verursachen. Und das Pusten selber ist auch keine schöne Sache. Schau mal. Es kann sein, dass Spucke reinkommt. Es kann sein, dass eine Person einen schlechten Atem hat und etwas reinpustet in das Getränk. Dieses alles ist nicht angenehm. Vor allen Dingen nicht für Leute, die auch mittrinken wollen. Vor allen Dingen nicht für Leute, die mittrinken wollen. Die nächste Überlieferung. Rawal Bukhari Und zwar berichtet Al-Bukhari von Abu Ghuraira dass der Prophet verboten hat, aus einem Wassersack oder aus einem Krug zu trinken, das heißt direkt zu trinken mit dem Mund. Aus einem Wasserkrug und aus einem Wassersack und einem Krug direkt zu trinken. Warum? Manche Gelehrte haben diesen Hadith übertragen auf diese Zeit und sie sagen damit sind auch die Flaschen gemacht. Manche Gelehrte. Das haben nicht alle Gelehrte gemacht. Aber richtig ist das bezieht sich darauf Al-Qirba Was ist Al-Qirba? Das ist eine Sache liebe Geschwister die nennt sich ähm äh ich vergesse mal den Namen Wassersack. Nein. Wenn man von einem Wassersack trinkt überlegt mal aus was besteht so ein Wassersack aus welchem Material? Nicht Leder sondern Haut. Okay. Wenn er labrig ist und man trinkt was kann passieren? Dass man das getränkt wo hat? Mit dem Gesicht. Ist nicht angenehm. Das heißt man trinkt dann ist das Gesicht überfüllt. So viel wollte man gar nicht trinken. Fein. Fein Gelehrte sagen das ist der Hintergrund und deswegen trinkt man das hat nichts mit Flaschen oder sonstiges zu tun. Nein. Wenn man das vermeiden kann ist das in Ordnung und wenn nicht so gibt es keine Sünde darin in dieser Sache. Machen wir erstmal bis hier. Inshallah haben wir die halbe Stunde erreicht. Jetzt dann lassen wir noch ein paar Fragen zu diesem Thema und dann inshallah beenden wir das nächste Mal noch die wichtigen Themen zum Trinken. Wie sieht es mit dem Pusten mit dem Pusten allgemein aus? Also nicht in Getränke sondern was man überhaupt irgendwo in Pusten? Wie sieht das mit dem Pusten allgemein aus? Was wir wissen bezüglich Essen und Trinken ist das verboten. Sonst in anderen Situationen können wir das nicht verbieten oder untersagen weil wir dafür keinen Beweis haben. Ich will euch nur auf eine Sache hindeuteln. Schaut die Subhanallah ich meine du kannst nur Subhanallah sagen. Bei was pustet man? Zum Beispiel du hast ein heißes Getränk wenn du pustest was passiert mit dem Getränk? Wird es heißer oder kühler? Kühler richtig. Was hast du gemacht? Du hast gepustet. Wenn deine Hände kalt sind und du pustest was werden sie? Kühler oder wärmer? Subhanallah hier kühler und hier wärmer denken die Leute über die Zeichen Allah Subhanallah Subhanallah deswegen das ist nur in Bezug auf Essen und Trinken Allah Subhanallah Al-Fatma Jetzt zum letzten Hadith von wem wurde es noch mal berichtet? Den letzten Hadith? Genau der letzte Hadith mit dem Wassersack und dem Krug und mit dem Wassersack haben wir gesagt wo das überliefert wurde oder von wem? Von wem? Von Aborera und der ist bei Bukhari überliefert. Und noch mal zu dem Verbot ist wieder Das ist unbeliebt zu fusten und auch unbeliebt ins Getränk zu atmen das heißt unbeliebt die Schwester bedeutet wenn man es unterlässt wird man belohnt wenn man es macht wird man nicht bestraft das ist das Urteil von unbeliebt wenn man es unterlässt wird man belohnt wenn man es aber macht wird man nicht bestraft Wenn man jetzt einen Teller vor sich hat und das Essen ist noch heiß dürfte man mit einem Stück Karton das so abgehen Wenn das Essen heiß ist und man feschelt damit irgendetwas dass es kühler wird man unterlässt das auch man soll das Essen nicht heiß servieren das haben wir erst mal zum Thema bitteschön jetzt darfst du noch mal eine Frage und zwar beim Essen wenn das Essen jetzt doch heiß serviert wird und das Essen ist heiß dann soll man warten kann man das aber trotzdem umrühren oder darf man das gilt nicht dafür das gilt nicht dafür das gilt nicht dafür wir haben nur gesagt das pusten und das einer denkt oder versteht diese Sache ist nur mit beweis die geschwister alles was ohne Es wird gefragt ist es von der Sunnah im Stehen samsam zu trinken und Richtung Qibla zu stehen ist es Sunnah im Stehen samsam zu trinken wir haben gesagt der Prophet hat getrunken im Stehen und diese Überlieferung ist von Ibn Abbas und bestätigt diese Überlieferung zeigt dass der Gesandte uns auch eine andere Position gezeigt hat wo man trinken kann die Sunnah beim trinken von samsam Wasser sind einmal dass man ein Bittgebet vorher macht man macht ein Bittgebet bevor man samsam Wasser trinkt weil der Gesandte sagt das Wasser ist wofür man es trinkt wenn du es trinkst für Vergebung so ist es für Vergebung wenn du es trinkst für für Heilung so ist das Verheilung wenn du es trinkst um einen wunsch in der dunia zu erfüllen so ist das dafür ist ma samsam da dafür ist ma das heißt die Sunnah beim trinken von samsam Wasser man macht ein Bittgebet man sitzt sich hin man trinkt in wie viel Züge zwei oder drei und Richtung das ist die sunnah wenn das samsam Wasser ist das ist so super das Wasser muss ich auch mit Gebet machen man macht es gibt es eine Grenze wenn man sehr durstig ist wann man aufhören sollte zu trinken gibt es eine Grenze bezüglich des trinkens wann man aufhören sollte was wir gelernt haben ist dass ein kompletter Schluck nicht den Durst löscht oder richtig den Durst löscht deswegen sollte man in zwei oder drei Schlücken trinken aber auch nicht übertreiben denn die übertreibung ist allgemein verboten was das Urteil über pfeifen das ist nicht erlaubt liebe Geschwister das ist nicht erlaubt einmal war der mit einer Person und dann hörte er einen Pfeifen dann hat er sich die Finger in die Ohren gesteckt und er sagte so sah ich den Fettens aus der Nacht das selbe tun und dieses unterlässt man leider viele Leute sind unwissen bezüglich dieses Verbots deswegen soll man auch nicht Kinder diese pfeifen walten lassen gibt es noch zum Thema Wir haben gesagt wir haben aufgezeigt was ist das Problem wenn du aus so einem Wassersack trinkst das kann sein dass alles in deine Sicht reinkommt und deswegen weniger bei einer Flasche oder sonstiges wenn es keine weiteren Fragen gibt allgemein wie erklärt man einem Kater an der Hikmah also man weinhalb anders gläubiger du kommst nicht zur Weihnachtsfeier aber du nimmst Weihnachtsgeld also wir haben ja er sagt wie erklärt man jemanden dass man zwar nicht zur Weihnachtsfeier kommt und dafür aber Weihnachtsgeld nicht das eine bringt ein was das andere will nicht nein dieses Weihnachtsgeld haben sie später eingeführt was ist Weihnachtsgeld das sogenannte Weihnachtsgeld das ist das 13 Monatsgehalt das ist der Ursprung ok ist es verboten ein 13 du kannst auch ein 14 nennen und ein 16 wenn du willst wenn der Chef nennen ist zu dir kannst du das nennen das hat damit überhaupt nichts zu tun später haben sie das anders genannt ja aber das ist ursprünglich ein Geschenk und Geschenke darf man annehmen auch von Kuford anders ist es mit dem Weihnachtsfest da darf ein Muslim nicht daran teilnehmen weil sie etwas feiern was von ihren Riten ist und wir dürfen als Muslime nicht sie nachmachen und nicht dasselbige machen wie sie an Neuerung in ihrer eigenen Religion reingebracht haben eigentlich glaubt ihr dass die Christen Weihnachten gehabt haben nein oder dass sie irgendwann Eier gesucht haben das haben sie nie gehört irgendwann kam das mal von den Heiden in ihre Religion das heißt das Bidda in ihrer eigenen Religion da sollen wir Bidda von der Bidda machen sagt mir bitte haben wir unsere Feierfeste unsere Feiertage zwei Stück das reicht von wem sind sie das reichen Alhamdulillah und Alhamdulillah weil die behaupten auch dass diese Weihnachten im Büro gemacht wird eigentlich nichts mit Religion zu tun eigentlich nur dass man sich trifft und so behaupten dass sie dann können sich bei dir treffen du machst den Döner Sandwiches und ein Glas Eier für jeden kein Problem deswegen ist das Problem wenn es nur ums Treffen geht das geht nicht dann ist das für den Mann Haram wenn die Mesjid 100 Meter entfernt ist er trotzdem zu Hause betet Haram der Ärmste Haram für einen Mann Haram dass wenn er 100 Meter der Ärmste von der Moschee entfernt wird darf er sich ein Flugzeug nehmen oder schau die Pflicht im Islam die Pflicht das heißt eine Pflichthandlung im Islam setzt zwei Sachen voraus die Kenntnis darüber und die Fähigkeit darüber das zu machen hat er beides hat er beides er hat die Fähigkeit deswegen kann er hingehen und es ist keine unzumutbare Strecke für ihn und insofern ist es Pflicht für ihn in der Moschee zu beten wenn er nicht gerade auf Arbeit oder andere Dinge hat es wird gefragt wie verhält man sich wenn man so gesehen zum Kandel gratuliert wird wie fällt man sich wenn einen zum Kandel gratuliert dieser Tag existiert ebenfalls nicht weil wisst ihr was ich traurig finde es gibt Leute du gibst die 99 der will sie nicht der will die eine bitte warum weil sein herr schlägt für die bitte wisst ihr dass viele Leute die diese kandil tage machen und sich gratulieren ich weiß was viele von ihnen beten nicht nimm wir mal an dieser Tag wäre ein Tag der Sonne und unsere Religion ist frei davon nehmen wir mal an das wäre ein Tag von der Sonne was wäre wichtiger für die Leute dass sie ihre fünf Pflichtgebete machen über die es kein Ikhtilaf unter den Gelehrten gibt oder dass sie so ein Kandidat 100 Laka beten an einem Tag was ist wichtiger für sie ihr kennt alle den Hadith von Abu Rehra bei Muslim dass der Prophet von Allah berichtete Man Ad Ali Wali Fakade A Ad An Kuhu Bil Har Versich Ein Nach Den Diener von mir An Finden Den Hab Ich Den Kiel Eklat Wie geht der Hadith Beide Wie geht der Hadith Diener 40 Nau Wie schon Beide Diener 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 summa bin lawad allah qaddam al-farad al-farad in dem hadith heißt es mein diener nährt sich mir durch nichts außer durch was durch pflichten und dann durch frei weil wenn du keine pflichten hast was ist mit deinem sona muhammad haben sie wert oder eine der gelehrten sagte sehr schön ein verlustreiches volk hat sich mit den freiwilligen taten beschäftigt und die pflichttaten ausgelassen sie waren so beschäftigt mit den freiwilligen taten dass sie was vergessen oder dass sie was vernachlässigt haben die pflichten aber klar erst mal nennt sich mein diener mit dem erst mal nennt man sich einmal mit den pflichten und dann mit dem vorher brauchst du nichts zu machen wie kann es sagen wie man das will ein sonat warum siehst du diese ganzen leute an dem tag 100 raqa beten ja die beten wirklich 40 50 60 raqa dann gehen sie nach hause lehnen sich zurück sagen keiner war besser als ich wenn man ein gebet verlässt von den pflichtgebeten so heißt es in einer überlieferung bei ibn al-malchah dass der prophet sallallahu alaihi wassalaam sagte man taaqa rak'atan muta ammi dan faqa di kafar überlieferung ist sahih derjenige der ein gebet absichtlich unterlässt hat kuffer begangen dieser kuffer der hier gemeint ist kuffer der kleine kuffer aber der kleine kuffer ist schlimmer als sinner ist schlimmer als rüber zinsen nehmen ist schlimmer als alkohol trinken ist schlimmer als glücksspiel ist schlimmer als lügen und betrügen und klauen und ist schlimmer als was eine seele zu töten ja bitteschön er sagt niemand war besser als ich der lehnt sich zurück bürger nach uns recht leiten dieser tag ist kein tag der sunnah wir haben so viele tage der sunnah warum fasten die leute nicht am montag und du hast gesagt warum keine luste sunnah ich mache lieber die winter wer sagt nicht dass das sunnah ist jeder weiß das doch warum fasten sie nicht zum beispiel am 13.40 ist zu schwer lieber einen tag im jahr und dann schon für die nächsten jahre vorsorgen so denken manche na ja zu dem was eben gesagt wurde wegen dem absichtlichen nicht beten darf man dieses nachholen wenn man absichtlich sein gebet unterlassen hat wenn man absichtlich sein gebet unterlassen hat darf man dieses gebet nachholen nach der richtigen aussage nein das ist die aussage von islam von dem hassen und von anderen weil allah sagt im koran inna salata kanat ala mu'minina kitaben maukuta das gebet ist für die gläubigen zu festgesetzten zeit und pflicht dein dhuhrl gebet heute ist dein dhuhrl gebet morgen dein dhuhrl gebet heute ist dein mahrl gebet danach nein diese sachen haben ein feste oder beziehungsweise eine eingeschränkte zeit das heißt wenn sie vorbei ist die zeit vorüber ist die zeit dann kannst du es nicht mehr nachholen anders ist es bei mann was unabsichtlich vergessen nach verschlafen hat oder sonstiges was zum beispiel zur richtigen zeit sein gemacht hat und er ist mir noch gebetet und es ist ein pflicht gebet war es ist eine halbe stunde vergangen wie es dann das ist problematisch wenn man das dhuhrl gebet eine halbe stunde später betet? Nein, überhaupt nicht. Gar kein Problem. Kein Problem. Es gibt Gebete, die sollen zeitiger gebetet werden als andere Gebete. Zum Beispiel das. Asr-Gebet. Zum Beispiel das. Maghrib-Gebet. Sehr gut. Na, davon. Es wird gefragt, gibt es ein Bittgebet, wenn man, soll ich mal, Schluckauf hat? Gibt es ein Bittgebet bei Schluckauf? Nein, gibt es nicht. Wallahu ta'ala, was authentisch überliefert ist, kenne ich kein einziges Bittgebet, was die Gelehrten genannt haben. Wallahu ta'ala. Wir haben ein Spiel in der Klasse begonnen, bei der eine Person die andere Person beschenkt, auf zufällige Basis wahrscheinlich. Also jeder zieht einen Namen und dann muss er den anderen beschenken. Darf man da mitmachen? Darf man bei einem Geschenkspiel, also wahrscheinlich eine Schüssel und jeder zieht einen Namen von einer anderen Person. Das haben wir ja gar nicht gesagt. Doch. Jetzt müssen wir mal mit dem reden. Stimmt, haben Sie schöne Geschenke bekommen. Das haben Sie jetzt gar nicht gebraucht. Das Beschenken an für sich ist nicht problematisch, dass man jemandem das schenkt. Auch wenn es nicht Muslime sind. Andersgläubig. Kein Muslime. Man darf es ihm beschenken. Okay? Man darf es ihm beschenken. So. Aber was man nicht machen sollte, jemandem aufdringen, dass er dich beschenkt. Okay? Sondern sagst, du musst mich beschenken. Wenn er das machen will, dann kein Problem. Kann er ehrlich schenken und wird belohnt dafür. Bitte schön. Zum Thema nochmal. Ich weiß nicht, ob es jährlich gemacht wird. Wie ist das, wenn es jährlich an einem Tag, speziell Das ist das Bittgebet, wenn man einen Markt betrifft. Das ist das Bittgebet, wenn man ein markt betrifft das heißt wenn man einkaufen geht zum markt geht diese überlieferung ist aber nicht so im übrigen sind im übrigen dieses wird gewinnt nicht das andere was für den markt ist dieses wird gewinnt ist ein bester schutz vor den djinn einer der gelehrten von in musel in ägypten der auch sich sehr vertieft hat diese sache mit dem djinn der einmal hat er erzählt dass er bei einer djinn austreibung zu einer djinn austreibung gerufen wurde und als er dann bei der person war dann sagte er zu dem djinn was hältst du davon dass du sein körper verlässt und zu mir kommst so sagte der djinn das würde ich tun aber ich kann nicht sagte der chef warum kannst du nicht er sagte du sagst jeden tag das verbrennt sie das verbrennt die djinn nahm deswegen das sehr wertvoll nicht nur für die djinn allgemein das ist eines der besten afkar wie es in einer authentischen überlieferung heißt eine der besten afkar was man überhaupt sprechen kann diesis betgebet und lag im djinn mutter 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 wie kann man am effektivsten und am schnellsten seine faulheit loswerden wie kann man am effektivsten und am schnellsten seine faulheit loswerden indem du über den tod nachdenkst sei denn jubel war die er sagte wenn ich einen moment versäume über den tod nachzudenken dann merke ich wie mein herz härter und verdorbener wird das heißt wenn man über den tod nachdenkt sagt sagt gibt es drei vorteile wenn man über den tod nachdenkt gibt es drei vorteile wenn man richtig über den tod nachdenkt es gibt Leute die denken falsch über den tod nach nachdem sie darüber nachgedacht haben dann gehen sie unter die bettdecke werden depressiv verzweifelt haben keine musste etwas machen das ist falsch sondern richtig ist wenn man darüber nachdenkt sagt ergeben sich drei früchte die erste frucht ist dass man sehr schnell was bereut nummer eins nummer zwei dass man was macht gute taten und nummer drei also wir haben dass man schnell geräumt okay dass man gute taten macht und was wird stärker wenn du stell dir mal vor du wirst es heute um 23 uhr wirst du sterben was wird stärker bei dir im herzen dein ja kein wenn wenn du heute wüsstest um 23 uhr stirbst du wirst du in jedem fall gute taten machen weil die akrie in stadt ist deswegen sagte alle kurze diese drei früchte ergeben sich wenn man über den tod nachdenkt war war da war auf die kumma schatten nachhera subhanallah ein neues thema über als sadaqa und ihre vorteile und wie man da im sadaqa am besten investieren